Was geht? Und falls sich viele fragen, hä, wo bin ich gelandet? Ganz, ganz ruhig. Einfach zurücklegen, entspannen, let's go! Letztens war ich auf einer Plattform, da wusste ich gar nicht, dass Leute immer noch aktiv sind, und zwar Facebook. Und ich bin einfach mal auf eine Gruppe gegangen, die sich nannte Yu-Gi-Oh! Gruppe Deutschland, bester Name ever auf jeden Fall an dieser Stelle. Und da hatte jemand eine ganz schlaue Idee. Wir wissen ja alle, Yu-Gi-Oh! hat sehr viele Geier, beziehungsweise Leute, die auf jeden Fall Geld machen wollen, beziehungsweise Plus machen wollen. Und da gab es einen Alex, der hatte eine ganz geile Idee. Suche eine Apo, Apo, die echte, eine Apolusa, zahle aber nicht den verrückten Preis von TCG Market. Ich vermute, er wollte Kartenmarket sagen. Würde so zwischen 50 und 55 Euro, eventuell ein paar Euro mehr, wegen dem Versand und so. Klar, ist doch irgendwie logisch. Per PayPal oder Sparkasse zahlen. Alles klar, heißt nicht Überweisung. Hi Sparkasse, weiß ja jeder, oder? Wer Lust hat, kann sich gerne melden. Und wer sich hier beschweren will? Nein, ich bin kein Händler, der die Karte für nur 70% ankäuft oder jemand sonst wie abzieht. Freie Wille und so. Hm, da frage ich mich jedoch, wie viel sind 50 Euro von dem ursprünglichen Markt? Erstmal gucken wir, wie viel geht die Karte denn aktuell? Erstmal gehen wir hier ein Apo, die echte, Lusa und sie geht aktuell 70 Euro fast. Ich würde sagen, 70 Euro und davon 70% sind 49 Euro. Hm, er möchte 50 zahlen. Naja, wenn er 55 zahlt, dann zahlt er nicht 70%. Aber sonst, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Aber es geht dann noch weiter. Wem nicht passt oder wer ein TCG Market Anbieter ist, wer ist ein TCG Market Anbieter bitte? Hallo YouTube Arzt, sind es hier? Bitte da weiterlesen und andere Vollspam. Alles klar, alles klar. Das mit dem Vollspam hat ja auf jeden Fall voll geklappt. Es haben ja nur ein paar geantwortet. Ja, so 170 Leute. Naja, ist kein Gespammer würde ich sagen. Aber gucken wir hier mal ins Detail, denn ich würde sagen, er hat ein Geschäftsmodell, was ziemlich, ziemlich gut ist. Erstens, er sagt, er ist kein Händler. Na dann, ist es ja gerechtfertigt, weniger zu verlangen, oder? Ich meine, Market Preise, wie entstehen die auch? Durch Nachfrage und Angebot? Das kann nicht fair sein. Und ich finde, Alex hat da auf jeden Fall ein sehr gutes Geschäftsmodell gefunden und er war der Vorreiter für eine ganze Generation an Geschäftsleuten. Denn es wurde ihm gleich nachgemacht und sofort, sofort haben viele diese geniale Idee genommen und kopiert. Suche dreimal endlich der Goldene Lord. Alles klar, eine teure Karte. Let's go. Zahle aber nicht den verrückten Preis von TCG Market. Ich erkenne ein Muster. Würde so zwischen 20 und 25 das Stück, eventuell paar Euro mehr wegen dem Versand und so? Also, per Paypal oder Sparkasse zahlen. Also, ich weiß immer noch nicht, was Sparkasse sein soll für eine Zahlungsart. Ich vermute aber, hier ist immer noch Überweisung gemeint. Wer Lust hat, kann sich melden. Und wer sich hier beschweren will? Nein, ich bin kein Händler, der die Karte für nur 70% ankauft oder jemand sonst wie abzieht. Nö, ich finde 20 bis 25 Euro für eine sage und schreibe... Wie geht denn die? Ja gut, 80 Euro. Na gut, eine 80 Euro Karte einfach mal für 20 oder 25 Euro kaufen, ist auf jeden Fall keine Abzocke. Aber es geht weiter, denn auch sie hat einen freien Willen. Und so. Wem nicht passt oder wer ein TCG Market Anbieter ist, wer ist das? Hallo YouTube. Bitte da weiterlesen und andere vollspammen. Ich denke mal, faires Angehurt und ist garantiert hier ernst gemeint. Jetzt jedoch weg von diesen verrückten Geschäftsideen, kommen wir mal lieber zu was Wesentlichem. Und zwar Deckbau. Da hatte jemand eine nette Frage. Und zwar, Tobias fragt ganz nett. Hey Leute, mit was kann man erdgebunden am besten kombinieren, damit das Deck recht schnell und konstant läuft? Dann dachte sich Marcel, ich gebe Ihnen diesen Tipp, wie man sein Deck schnell und konstant bauen kann. Und zwar mit folgenden Tipp. Mit den Wind Witches. Du machst die Combo bis Crystal Ring, kannst dann mit der Feldzauberkarte ein erdgebunden rufen. Klingt schon mal sehr gut. Wenn du vorher den neuen Ultraware Typen auf dem Feld hast aus LED 5. Gut, dass er das Set kennt, aber die Karte nicht. Dann hat der Gegner meist nur 3000 Lebenspunkte und du kannst auf ein OTK gehen. Ich würde sagen, das klingt nach einer ziemlich krassen Combo. Und ich würde sagen, das mache ich. Äh, wir müssen den hier ja irgendwie auf dem Feld haben. Ich meine, what the fuck? Wie? Der Gegner wird sich ja nicht denken. Oh, ein starkes Monster. Das lasse ich mal liegen. Also, ich frage mich echt, wie dieser hier auf dem Feld sein sollte. Na gut, sagen wir mal, er ist auf dem Feld. Ähm, ja, if you control no monster. Das ist jetzt aber ungünstig. Ach, Quatsch. Ich habe es falsch gemacht. Denn man kann ja auch diesen wieder Spezialbeschwören von der Hand. Also, machen wir das ganz einfach. Wir machen die Combo Spezialbeschwören. Hier die Wind Witch. Dann dürfen wir ja hier die andere rufen. Wir ignorieren jetzt mal den Burn-Schaden, den den Gegner hier kassieren würde. Dann können wir ganz einfach hier Spezialbeschwören. Die hier zum Grave senden. Dann können wir hier rein beschwören. Dann können wir den hier rein beschwören. Dann haben wir unseren richtig geilen Crystal Wing. Dann können wir noch hier das machen. Und jetzt, guck mal, er sagt ja, wenn du ein Synchro-Monster kontrollierst und ein Monster, also ein Synchro-Monster in Friede fahrst. Nice. Hab ich. Dann Spezialbeschwören. Easy. Jetzt nutzen wir den Effekt von Field Spell. Opfern ihn. Beschwöre noch diesen Guy. Bam. Fertig. Ich finde, das ist eine gute Combo. Ähm, warte mal, was? Was? Das geht nicht? Hä, warum nicht? Eisbell. Du kannst für den Rest des Spielzugs keine Monster mehr vom Extradeck Spezialbeschwören? Außer Level 5 oder höher Windmonster? Naja, ist ja egal, denn der wird ja von der Hand Spezialbeschwören. Was? Das geht nicht? Was? Achso, Glasbell hat auch noch einen Effekt. Ja, warte mal. Außerdem, du kannst keinen Monster mehr Spezialbeschwören für den Rest des Spielzugs außer Windmonster. Hm. Ich würde sagen, da hat Marcel einen super Tipp gegeben, wie es auf jeden Fall nicht geht. Nachdem uns Marcel erzählt hat, wie man erbgebunden auf jeden Fall richtig gut spielen kann, gucken wir uns nochmal eine Karte an, die man eventuell käuflich erwerben möchte. Wenn wir hier die Anzeige sehen, sehen wir schon, alles klar, es geht um ein Red-Eyes und Red-Eyes kennt man, ist ja auf jeden Fall der beliebteste Arc-Type überhaupt. Blue-Eyes kann einen packen, Dark-Metition kann einen packen, Red-Eyes, das ist das Ding. Aber guck mal, man. Und das erste, was mir hier gleich aufgefallen ist, was ist Asiatisch? Ich meine, ich spreche ja auch nicht Europäisch. Ich vermute mal, er meint Japanisch. Aber, naja, von mir aus auch Asiatisch. Für 150 Euro. Hm, das klingt ja auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Karte, die bestimmt ziemlich selten ist und sehr hohen Wert hat. Und für Sammler, das Non-Plus-Ultra ist, wenn man diese Karte besitzt. Aber ich würde sagen, wir checken das einfach mal gegen, wie viel ist die Karte wirklich wert? Yu-Gi-Oh, japanischer Red-Eyes, Bee-Dragon, Super-Rare, Hot-Euger-Drache. Hm, 4,90 Euro? Aber diese Karte ist ja auch japanisch und nicht asiatisch. Ich denke mal, dadurch, dass die Karte asiatisch ist, ist die Karte einfach so, so viel mehr wert und eben nicht ihre 5 Euro. Ich denke, das reicht auch für heute. Wir hatten gute Tipps, wie man sehr viel Geld machen kann. Ebenfalls haben wir Tipps bekommen, wie man eine gute Kombo umsetzen kann. Und ich denke, das reicht auf jeden Fall für heute. Und bis dann. Ciao.